Oh, immer noch diese blöden Puls. Die sind schon ganz schön hoch. Nein, Ash ist immer noch da unten. Ähm. Nein, das ist überhaupt nicht seltsam. Überhaupt nicht. Wo ist denn dieser Fuchs? Ich seh nirgendwo diesen Fuchs. Ja, ich nutze die Bugs. Macht man das so, wenn das Spiel nicht richtig funktioniert, oder? Dann nutzt man die Bugs. Ja. Und schon sind wir hier ganz oben, ähm. Warte mal. Talk. Ich sag ja Bugs. Ich drück A, aber... Da passiert nix. Nee, das wollte ich nicht. Da hast du Wund gehabt. Ah, da oben ist aber nichts zu sehen. Wo finde ich nur diesen Fuchs? Soll ich den den Fuchs anbringen, aber woher soll ich den denn kriegen? Sie sagt immer nur, ja, der ist nicht weit von hier weg. Nicht weit weg von hier. Immer exakt die gleichen Worte. Ja, eventuell, aber hier ist ja nirgendwo ein Fuchs. Irgendwo sehe ich einen Fuchs. Okay, die rennt auch weg. Läuft die denn jetzt hin? 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 Warte, vielleicht hier hinten? Kann es sein? Die ganze Zeit an der Absikel-falschen-Stelle gesucht. Geh zu meinem Kaffee. Warte, das ist riesig. Was ist denn ein Hund, auf dem ich reiten kann? Was ist denn so groß? Okay, wo ist Ash? Was ist denn bei meinem Kaffee? Das heißt, ich soll jetzt auch zu meinem Kaffee oder? Da geht es nicht lang. Hm. Die Flur haben wir eigentlich. Oh, wir haben schon zwölf her. Ja, kein Wunder, dass Anita ins Bett wollte. Vollkommen verständlich. Zwölf Uhr. Deliver eggs to Kiva? Wer ist jetzt nochmal Kiva? Ähm. Kiva's Haus. Deliver eggs to Kiva. Achso, das war nicht nur die eine Auslieferung. Ja, Titel. Das waren mehrere Auslieferungen. Na dann machen wir mehrere Auslieferungen. Du bist nicht, Kiva? Du bist diese komische Katze. Ab. Oliver. Oliver. Warum kann der eigentlich nicht mit den Katzen reden? Der redet auch selber miauisch. Hey Freddo, how are you doing today? Egg? I love egg. Oh, you mean my delivery. Uh, yes. That you for egg. I hope I see you at the magical mixer at the community center later this week. It's a monthly event that I organize it to drum up community spirit and give everyone a change to mingle with their neighbors. Even some people from out of town come by sometimes like Kai from the lighthouse. It's a lot of fun but there's so much to organize. Even though I do this every month, I still feel like I'm forgetting something. Oh, dear. Food. I don't have anything prepared at all. Oh, do you think you called help? I want to make sure that there's something free or for everyone. So I need one food for each team. Can you bring me one sweet, one savory and one fancy food sometime this week? Um. You really are a treasure. I'm so happy to have you around. Klasse. Lily. Lily? Lily? Hey there, flower friend. Oh, it's ready for my dad. He works the flower farm all day and he needs to learn to take a break sometimes. And when he finally takes that break in this nice chair, that's my opportune takeover. He thinks he can plant more flowers than me in a day. I'll show him. Let's see how many flowers you can you plant while you're napping comfortably in this chair. Ah, 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 ah. Thanks. Okay. Ash, Ash, Ash. I'm ready. All's done. Where are you? Ähm Kein Äsch Bei mir Okay In meinem Restaurant Ist der Äsch Oh je Oh, ein bequem Mundstuhl Tut so langsam der Hintern weh Klasse So, little girl Good job You definitely own club material Now let's go The orders are waiting for us Hast du dich gerade durch die Wand geportet? Through it all and by your side Whatever comes our way Rain or shine Ich hole den Äsch noch ein Ja man Äsch ist weit hinter uns Glaub mir reicht langsam Das Spiel ist echt lustig, gell? Es ist super hübsch aufgebaut Aber einige Bugs sind noch da definitiv Gerade so, dass die Texturen von manchen Häusern einfach verschwinden Und einfach die Wände dann schwarz sind Oder die bestimmten Teile dann eben schwarz sind auf einer Seite Das ist halt ein bisschen los Ähm, der Bug mit dem Berg hochklärt dann perfekt Der ist super Den will ich nicht missen, das ist lustig so Oh oh you I did the same Yay You made it back And I heard about your wonderful new favorite friend I hope you remember That with plenty of love Anyone can be friends Here's a gift for you Take care Oh oh you Need anything? Welcome back Es ist toll, dass ihr hierher besitzt. Ja, ja, ich meine, alles ist so gut, als es könnte. Ich würde... Okay, es geht um Maya, ich vermisse sie. Und ich fühle mich gut hier, um nicht zu kommen zu besitzen. Ich hoffe, dass ihr könnt ihr helfen können. Ich kann sie auch zu sehen, aber ich wollte sie fragen, ob ihr sie mit ihr könnt, sie sind ihre absoluten Lieblings-Volumite. Okay, Kettel. Was ist das? Not today. Hello there. Alles klar. Haben Sie gehört über die Poison Flows hier? Okay, um, Welcome back, mein Muster Old Club. Hoot hoot. Hoot hoot. Hoot... Hoot hoot. First auto of business is accepting our new members. All in favor. Ye... Ye, yeah, 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 yeah... Ye, yeah? They yes, have it! Welcome to the Old Club. Uh. Hoot hoot. Um. Hmm, now. Now, on to our second issues. A crew of construction cats have blocked off the road into the city and we can't get them to watch it. News member, what happened when you talked to them? Meow, meow, meow. That doesn't make sense. Of course, it doesn't make sense. Road construction is an unsigned art road in mystery. No, I mean they just said soft pause, heads up. Wait, Ash, you speak cat? Well, yeah, you speak cat first, yeah, which school stuff? Well then, we have a translator. Let's go have a constructive cat chat. Oglob field trip time. Okay. 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 Let's go. I like this. Okay. Okay. Ab zu den Katzen. Dann reden wir mit den Katzen und ich würde sagen, nach den Katzen machen wir Feierabend. Das? Miau. Cooler Toast. Miau. Ähm. Wow. Ach Gott. Das ist eine Tatze. Hihi. Okay, sie sind gleich. Das sind sie. Sind sie da. Miau. Miau, miau, miau. Okay. 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 They say they need beagle energy to finish the construction. Beagles, they defies the new termine beagles to sleep. Oh, Rondek, have you right. If you make up some beagles, we called Claire or these construction cats and we'll have new costumes too. If you need a receipt for beagles, we have it back at the general store. Another problem solved by the old girl. Hoot hoot. Weak. Rondek. Hihihihi. Ich will dich mitnehmen. Putzig. So, ach. Und es ist dunkel geworden Leute, hier laufen ziemlich viele Katzen auf zwei Beinen Aber dieses seltsame Phenomen Nehmen wir Im nächsten Mal In Kraft In Kraft In Kraft